Ich wollte ganz gemütlich so ein paar Missionen machen, wisst ihr, für die Operation. Dass die Sterne reinkommen, AWP-Fate-Szene und sowas, ne? Einfach so ein bisschen unkomplizierten Spaß bei tollen Missionen, die gut zu machen sind. Naja. Bitte eine Granate, bitte! Adam! Oh, hi Mark! It's your boy Skinny-Pee, schaut mal da, 8. Woche. Wir sind schon bei der Hälfte. Sei da schon überall durch. Habt ihr alles erledigt, ne? Eins ist klar, da müssen wir ran. Buy and sell Skin on Skin Baron. Okay. Hallo? Ah, ich brauche eh nur Pistol Kills. Es ist alles gut, ich brauche gar keine gewonnenen Runden. Wie, die können direkt hier sein? Die können ja direkt vor dir spawnen. Auf A. Easy. Bam. Wow. Gute Nate, ja? Ich weiß. Ach komm, den habe ich jetzt aber schon angespeckt. Ey! So. Okay, pass auf. Jetzt. Ich gehe ins Window und snipe die weg mit der USP. Ist doch klar. Hedge hat mir auf den Kopf geschossen. Ja. Ja. Oh, ich dachte schon, der klaut in mir. Ich sage, guck mal, ich flash jetzt einfach. Bitte, bitte, bleiben Sie. Dankeschön. So. Und jetzt ist Wechsel, oder? Hä? So, also komm, jetzt rollen noch fünf weitere Headshots rein, dann passt das. Stopp. Oh, ja, ich habe ihn gekillt. Wir kommen voran. Vier von acht. Es geht. Hä? Oh, no. Vielleicht kriege ich es dahinter, dass ich jetzt mal bei T, bitte? Hä? Ja, ich bin bei T. Easy. Die Pistol-Kills sind voll. Das war's. Na ja, klauen wir den Killer. Nein, 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 nein. Beide Ulo. Ach, klauen wir nicht alle Kills. Mit drei Kills. Ich guck mal die Schucht. Ah ja. Da ist mein erstes Opfer. Weg. Komm, schaut, kommt noch einer. Bitte. Ja, und da ist der Header drin, mein Fräulein. Also. Komm, der dritte ist bei mir. Beides, beides, beides. Geh weg. Ich brauche ihn. Geh weg. Ja. Weg ist er. So, jetzt bestätigen wir mal geschwind die These, dass es bei T immer tausendmal einfacher ist und gewinnt die ganze Sache hier. Mission Pistol-Kills. Abgeschlossen. Komm, wir gucken mal Woche drei. Ach, guck mal da. Ah, 15 Kills auf Range im Deathmatch. Da seh ich uns. Stopp. Das waren keine 15 Meter. Ah, da ist doch einer. So. Nummer eins. Mist. Ah, sieben Meter, alter Shit. Äh, äh, äh. Stopp. Mit meinem Skill und meinem Aussehen. Ist das gar kein Problem. Buh. Mäh. Hallo? Hier war doch eben jemand. Hä? Also, die Feigheit, an einem Ort zu sitzen, ist halt gleichzeitig der Verlust des Spiels an sich. Also, dass ich in eine Lobby reinkomme, die schon fertig ist, sozusagen, ist keine Bruiser-hafte Aktion. Hey, Bro. Mirage, ja. Die Karte, der Gewinner. Nice Cheats. Nice Cheats, hä? Äh. 13,9. Oh. 12,9. Scheiße. Braucht 20. Für den zweiten Stern. Weißt du, du musst von den Feinden weglaufen, dass, ähm, dass es sich für dich lohnt, den Kill zu machen. Meins, 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 meins. Ey, wird der P90. Hinter mir kommt, hinter mir kommt, hinter mir kommt. Nein. Ach, das ist die 13. Ist das Krapf? Na, also, es geht doch. Ja, 40. Die schreiben gerade echt darüber, wie gut sie sind und messen das in, wie oft sie sich gegenseitig gehatchottet haben. Ich hab dich mindestens zweimal so viel gehatchottet. Also, ich bin, glaub ich, besser. Na, ich werd noch eine Runde brauchen, beärgerlich. Es fehlen mir noch elf. Gucken wir an, den Kondom an. Wir haben es auch gestern im Stream kurz über diese ganzen, äh, Sachen gehabt und dass wir alle gesagt haben, diese Operation, da ballern wir richtig durch. Tja. Übrigens gibt es heute diese M4A1S Atomic Alloy im Livestream-Giveaway. Einfach rankommen. Wir sind auf Twitch am Start. Link ist in der Beschreibung. Toll. Ah, nee, hat gezählt. Oh, das auch. Sehr schön. Oh, 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 oh. 15. Oh, ja. Oh, oh. Ich hab einen Lauf. Komm, noch einer, bitte. Mist, warum rennt der weg? Ekelhaft. 37 von 40. Vier bis sechs Wochen später. Ach, der ist zu nah. Da wär einer gewesen. Ja, ja, nur noch einer. Echt, jetzt kommt, dass ich wegen einem nochmal neu starten muss. Ne. Ja. Okay, komm, gut. Jetzt kann ich auch gucken, dass ich hier noch geschwind erster wäre. Keep your distance. Abgehakt. Was haben wir denn noch in Woche vier so am Start? Granatendamage und Retake. Das liebe ich natürlich. Ach, komm, machen wir mal die Granatengeschichte. Da bin ich ja Profi. Ach, komm, der Original Gary spielt mit. Ist ja nice. Jetzt bin ich ja schon wieder mit in irgendeiner Runde. Ja, oh shit. Ich hab nichts genau, wo man eine Granate hat. Oh, das ist ja komplett dumm. Jetzt zu. Komm. Ja, 16. Granatendamage. Wow. Das ist natürlich jetzt eine wunderbare Auswahl, ne? Wie soll man das denn machen? Du hast einmal am Tag eine Granate und die muss dann sitzen und dann hast du halt deine 16 Damage, ne? Also, endlich wieder eine. Jawollo, Alter. Erstes Ziel geschafft, Kinders. Ah, eine Flash. Geil. Damit mache ich die Mission jetzt aber wirklich problemlos mit dieser Flash. Wow. Die macht Spaß. So, neue Runde, neues Glück. Aber ich bin in einer Runde, die schon wieder so gut wie fertig ist. Was soll denn das? Later. Let den killen. Oh, der hat den umgeballert. Ach, keine Granate. Ach. Ich hoffe, dass meine Spund die Gruppe noch schnell den Win holen kann. Das ist weg. Das ist weg. Aber ich habe ja Zeit. Oh ja, sehr gut. Erste Runde ohne Nate. Aber immerhin bin ich jetzt von Anfang an dabei. Immer noch keine Granate. Ja, gut. Ich habe ja Zeit. Easy. Total easy. Zum Glück ist der Team Attack aus. Danke. Immer noch keine Nate. Hm. Runde drei und keine Granate. I'm defusing the bomb. Oh, die erste Granate. Ach, schön. Okay, pass auf, pass auf. Das wird eine göttliche Granate. 92. Bam. Oh. Oh. Oh, OP. Ich habe einmal im Schalter eine Granate und bin da nicht der, der reinregelt, sondern der, der vom OP gekillt wird. Von einem kleinen, altrigen, tattrigen Mann. Die spielen noch gegen AWP. Das werden sie nicht schaffen. Das sind Kekos. Schade. Wenn Roger Biblé nicht am Start ist zum Defuzeln. Der ist vorbei. Komm, bitte gönn mir noch mal eine Granate. Ja. Das Dumme ist, nur wenn ich von hier rangehe, holt mich halt die AWP weg, bevor ich gucken kann, wo die stehen. Okay, wisst ihr was? Achtung. 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 Guckt auf die, auf die Ding. Bam. Das war total easy. Ich im AK, obwohl ich gleich wieder aussuchen muss. Ach, ja. Letzte Runde. Keine Granate. No. No. Ah, mit so einem Skiller, ja. Mit so einem komplett wahnsinnig skillbegabten Menschen. Ah, Trigger. Ja, Granate, direkt zweite Runde. Wow, so viel Schaden. Nice, Cheater. Sag mal. Ah, ja, keine, keine Nate jetzt, wo ich so toll begabt bin im Nate schmeißen, ne. Komm, ich brauche Renat, bitte. Eif, stopp. Ja. Okay, pass auf, jetzt. Komm. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Was geht jetzt in zwei? Das bleibt alles so, wie es hier ist. Da ist einer. Tschüss, tschüss. Na also, 39. Boom. Bitte eine Granate. Bitte. Adam. Oh Gott. Ich muss wegen elf Damage nochmal rein. Das zwei auf, kenn ich. Alles klar. Da muss ich mal eben ein bisschen die Voices disablen. So. Ich hab natürlich keine Nate am Anfang. Klar, wer braucht schon eine? Ich seh dich da durch. Ja. Granate. Wo? Auf A. Okay. Kann ich jetzt Short durchgehen, ohne dass einer da ist? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Geh du mal vor, mate. Oh, hi, Mark. Oh Gott. Bitte. Geh doch an meine Boots, Nate. Boop. Ekelhaft, sowas. Ah, jetzt hab ich natürlich wieder keine. Ja, klar. Okay. They ask you how you are and you just have to say that you're fine and you're not really fine. Wait a minute. Hey. 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 Hey.